Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Tina auf der mittleren Map unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr aufregende und actionreiche Runde, die ich möchte nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hat rein, viel Spaß. Bist unsichtbar, Sonja, oder? Ja. Na dann. Schiff, oi. Oh, Boss ist hier. Ei, ei, Captain. Ich hole noch den Clou, ja? Hier, ich bin ja tot. Es ist rot, es ist rot, es ist rot. Am Turm sind welche? Ey, da habe ich vorhin hingeguckt und niemand gesehen. Irgendwas schwarz angezogenes. Ja, hier bei mir. Der ist tot. Der hat sich in die Ecke gestellt. Der hat sich in die Ecke gestellt. Der darf sich sehen, nicht. Der warst ja gar ja, ne? Äh, ja. Ach Gott, der arme Knopf. Das tut mir so leid. Lootet mal. Der hat gebrannt. Der muss low gewesen sein. Der hat auch eine Sparks. Ja, der hat mir auf zwei jetzt geprägt. Wo habt ihr den anderen? Da. Ah, den habe ich nicht gesehen. Hier ist ein Sattel. Ach, das ist die Wanderhure. Die hat auch eine Adlerauge dabei gehabt. Krass. Hier ist ein Eintreifdruck. Ich brauche noch nichts. Wir brauchen die Spinnenbezwingerin. Ich stelle hier hinten mal Stacheldraht und Gift rein. Aufpassen, wenn ihr lauft. Ja. Wo ist sie denn nun? Ach da. Deine Hausschlucken? Ja. Steps. Drüben auf dem Dach. Ach, Dach Steps. Das war doch hier. Ich kann einmal reingreifen. Der auch immer. Mach mal, ich brauche nichts. Wir füllen was. Nate, Nate. Das ist eine Sticky, glaube ich. Ab einem. Nein. Ab ihn umfallen sie. Bei mir, bei mir. Oh ja. Gehört. Bastian. Der ist aber runtergefallen. Thor ging auf und da war er. Er hat seinen Kumpel hier drüben aufgehoben. Ja. Der wird denen ja gleich auch aufheben. Der ist runtergefallen. Er hat sie wieder tot, oder? Nein. Nein. Ach Mann. einer hat mit jener einer ist da drüben ein habe ich einer ist hinten auf dem anderen dach da die höhe hat hilft Nice. Bogenfuzzi? Ja. Du hast sie. Ich komm. Ihr Fall braucht doch einer wie meine Kugel. Ja. Oh nice ey. Ich würd mal aufnehmen. Ja. Ich hab nur noch unerlebt. Oh. Dann lass uns raus, wir haben Ausgang. Ich guck mal. Ja, ist clear. Die anderen machen glaubt den anderen Boss. Der ist schon gemacht. Der ist nicht aufgenommen worden. Ah ok. Hier liegt einer. Der hat eine Mosin, wenn ihr wollt. Boah, darf ich die Mosin nehmen? Ja. Ich brauch nichts. Der hat eine Mosin, wenn ihr wollt. Aber darf ich die Mosin nehmen? Aber der hat keine Pisten. Weil der erst Hoffnung macht. Doch hier unten. Ja. Ah jetzt. Die Marse. Ähm, hier hinten. Ich hab Geier. Oh ja, aber hier war ja auch noch einer, ne? Ja, dann komm ich zu euch. Ach da. Ach da. Und wo ist der dritte? Ähm. Hier. Da unten nicht, ja? Wo ist der? Der eine liegt auf der Treppe. Ah da, ich seh. Ich seh. Und der andere? Hat ich gepinkt. Ja. Nicht da rein gehen, da ist überall fallen. Ich seh deinen Ping nicht. Ich schneide gar nichts mehr, Mensch. Ich auch nicht. Ich seh deinen Ping nicht. Da unten. Ah ok. Ah so. Ich würd mir mal was anziehen. Ich könnt's dich gleich erkälten. Die kommen, ne? Die sind schon gleich da. Oh, dann lass uns hier bleiben. Ja. Ja. 150 oder 75 stehen. Ich hab 100. 100. Weder noch. Ja. Ich dachte, sie wäre dreimal gestorben. Ne. Ich mach hier Stacheldraht. Und da vorne auch. Hm. Ich stell mich mal mit nach oben. Damit ihr nicht sehn das schon. Das sind glaub ich aber nur zwei. Auf 75, 90. Hm. Da auch schon wieder. Okay. Muffin man. Das ist aber nicht. Das ist aber nicht. Das ist aber nicht. Ne, ne. Beide, gell? Willkommen Video. Hallo. Hallo. Aufruf ich, ne? Momente mal. Doch drei. Hier unten ist noch einer. einer ist nicht meine vorne andere ist hier oben ich muss ja ich guck kurz einer hier oben bei sonja hab ich gesagt ja ja und der andere hinten richtung hab ein ist nur noch einer er ist direkt hier unten hast du ihn? glaube ja weiß ich aber nicht genau ich hab auch nicht den marker gekriegt aber ich war halt eigentlich zu weit weg gg jungs sorry egal rot ist rot er sagte noch wir kommen im video ja also eigentlich müssen wir kills speichern ich hab das gar nicht gehört ne ach gottchen irgendwie tun sie mir leid das ding ist dann tu ihnen den gefallen und bringen sie ins video das ding ist ganz oft kommen auch welche um hallo zu sagen und dann vielleicht im video oder so zu sein wir hätten wahrscheinlich sonst wären sie von hier raus gegangen ja die können doch auch sagen bitte nicht schießen wir gehen gleich wieder oder so keine ahnung ich hätte trotzdem geschossen naja ich bin null blind ich bin auf dem desktop schade 10 kills hatten wir oh der eine hatte einen Stern ein Stern der deinen Namen trägt der ist Anfänger der hat erst angefangen mit dem Spiel ja sorry jungs gg das tut mir sehr sehr leid das erste team tut mir auch sehr sehr leid der eine der raus gestürmt kam und hat auf mich gefächert und sich dann in die ecke gestellt hat und wollte sich heilen oder wollte einfach Deckung suchen wir haben ihn glaube ich gar nicht angeschossen ich weiß es gerade gar nicht das war der ein Stern und der ist halt noch absoluter Frischling gewesen und das tut mir wahnsinnig leid ist immer schlimm so jemanden zu erschießen vor allen dingen weil ich das selber kenne ich habe einen sehr sehr guten Kumpel den Manu den kennt ihr als Wuma Keeper bei mir aus dem Livestream eventuell der ist auch absoluter Anfänger der war mit mir und Sonja mit und er hat auch nur auf die Fresse bekommen das tat mir so leid aber er hatte trotzdem den Spaß seines Lebens und das freut mich sehr ich hoffe dass ich in nächster Zeit nochmal dazu komme mit ihm zu spielen ja war doch eine sehr sehr aufregende aber auch sehr kurze Runde aber wir haben es auch mal wieder sehr sehr spät und ich bin auch am Videoschneiden ich wollte gar nicht so lange hier sitzen und Videoschneiden jetzt sitze ich hier doch noch deswegen etwas kürzere Runde heute Mittag ab 14 Uhr bin ich wieder live würde mich sehr sehr freuen euch zu sehen auf Twitch natürlich 1049.de eingeben Twitch suche dann findet ihr mich oder einfach unten ist ein Link bin ich verlinkt ansonsten denkt an mein Teamsweek das ist unten verlinkt achso mir fällt noch was ein und zwar ich bin oftmals so ich hatte gerade mit Sonja so eine so eine Unterhaltung dass ich oftmals nicht zuhöre das hat man hier in der Runde auch gesehen dass ich Sonja sagte hier oben ist einer bei mir und das habe ich komplett ausgeblendet weil ich so fokussiert war der eine ist unten durch meine Falle gelaufen und ich wusste ich hatte Feuer jetzt schmeiße dein Feuer darunter dass er nicht gehoben werden kann und dann habe ich das komplett ausgeblendet was Sonja gesagt hat riesen Fehler von mir natürlich dass ich sowas nicht höre aber ich kann das irgendwie nicht anders wenn ich eine Idee habe oder so dann kriege ich um mich herum nichts mit ich weiß nicht geht es euch vielleicht auch so oder bin ich da ein Einzelfall das tat mir dann als ich das Video gesehen habe extrem leid weil ich drehe mich dann rum und gucke in die Sicht ob da oben ist einer und Sonja sagt ja habe ich doch gesagt und dann dachte ich mir oh furchtbar ey dass ich das nicht mitbekommen habe aber dann bin ich so fokussiert das blöd da habe ich schon gesagt Sonja die hat mir eben gerade zugeguckt und sage ich Sonja es tut mir leid das war keine Ahnung das war ein bisschen doof so Game.de ist unten verlinkt könnt ihr euch mal angucken Holy Energy ist unten verlinkt könnt ihr euch auch mal angucken bin ich mega begeistert von beiden unser Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz ganz tollen Tag haut rein tschüss 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 und ich lichste